Der Koate Philipp Merczep gehört zu den europäischen Marimba-Stars seines Alters. Das schließt Reisen mit ein, doch die sind höchst kompliziert mit diesem riesigen, ursprünglich afrikanischen Instrument. Ich möchte nur mit meiner Marimba spielen, weil ich weiß, sie ist die Beste. Außerdem ist nie klar, was für eine Marimba man bekommt. Sicher ist sicher. Was ist sicher, ist sicher. Seit sechs Jahren spiele ich nun Schlagwerk, hauptsächlich Marimba. Ich liebe dieses Instrument ganz einfach. Hinzu kommt, die Marimba ist das beliebteste Solo-Instrument für Percussion. Das Instrument ist das möglichst solide Instrument für alle Percussions. Das ist, warum ich ihn mag. Gerade Karriere, das klingt ja ein bisschen so, dieser Begriff, wie je schneller, desto besser. Aber das ist nicht der Fall. Es hat auch jeder sein eigenes Tempo. Manche sind mit 20 wirklich im Status der absoluten Reife. Aber manche brauchen bis 30, 40 und das ist ja auch keine Schande. Man muss sein eigenes Tempo finden. Das ist das Wichtige bei einer Karriere. Die sieben Kandidaten stehen kurz vor ihrem Durchbruch, wirken schon sehr reif für ihr Alter und sind sich ihres Könnens bewusst. Die Kostümberatung fürs Finale lehnen sie ganz selbstbewusst ab. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass der oder diejenige, der dann am Ende den Preis gewinnen wird, sich immer vergegenwärtigt. Das ist nur der Anfang. Und verglichen vielleicht mit einer Partei, die ihre ganze Kraft in den Wahlkampf steckt, aber kein Konzept für danach hat, ist es auch für einen Wettbewerbsgewinner enorm wichtig, dass er gute Berater hat, dass er weiß, wann er sich zurücknehmen muss. Das Problem des Verheizens besteht natürlich. Also eine ganz Riesenchance, aber es ist nicht alles. Der Eröffnungsabend der Wiener Festwochen. Zugleich das Finale für die jungen Musiker. 19 Fernsehstationen übertragen den Klassik-Event, zehntausende Zuschauer werden am Platz erwartet. Hektik herrscht hinter der großen Bühne im Zentrum Wiens. Die Kandidaten wissen, der Sieg kann das Sprungbrett in eine andere Liga bedeuten. Das letzte Einspielen vor dem Vorspielen. Entwickelt wurde der Wettbewerb von der European Broadcasting Union, der Vereinigung der europäischen Fernsehanstalten, um junge Musiktalente zu entdecken. Solche medienwirksamen Auftritte bieten sich nur selten. Karten spielen, um die Kandidaten zu entdecken. Die Wartezeiten für den gemeinsamen Auftritt zu verkürzen. Alle 15 Kandidaten werden auf der Bühne präsentiert. Eines ist klar, Preisträger gibt es drei. Gewonnen haben jedoch alle Kandidaten am Ende dieser ereignisreichen Woche. Nie wird jeder, das ist klar, in der Wettbewerb. Wir sehen uns nicht, dass die Kandidaten am Ende der kommen. würde ich die Kandidaten am Ende des Wettbewerb geben, Wettbewerb, wort man hierher στην Kirche. Ich bin ich ein paar Jahre, der Wettbewerb. Ich bin ein paar Jahre, der Wettbewerb. Wir werden jetzt gleich erfahren, wer den dritten Preis gewinnt. Der dritte Preis geht an Daniel Trifonov, Russian. Der zweite Preis geht an Jürgen Klädenhagen, Norway. Wer hat den ersten Preis? Der erste Preis hat Eva Nina Kosmos bekommen aus Slowenien. Der zweite Preis geht an Jürgen Klädenhagen. Der zweite Preis geht an Jürgen Klädenhagen. Die zweite Preis ist der zweite Preis. Vielen Dank.